Abo, der da說, das ist... Winston Bay is ready! Ich würde bereit drücken, wenn ihr okay seid. Seid ihr alle bereit, Kinder? Ihr habt eure Waffen ausgesucht, Granaten ausgesucht oder eure magischen Super-Amulette gewählt, ja? Oh, lol. Hat sich nichts geändert seit letztem Mal. Ja, wenn du es nicht ändern willst, das ist ja deine Entscheidung. Ja, bei Auto könnten wir anfangen. Aber ich dachte, du willst vielleicht auch einfach dein ganzes Geld ausgeben... Dafür. Abo, man kann Geld ausgeben. Winston Bay und die Spiel-Lobby! Und ich, Husten Knack. Hey, yo, das heißt DJ Wonnie auf, oder? Genau, richtig. DJ Wonnie auf, knaggert die Knack. Die Übersetzung von DJ Wonnie ist ganz schlicht Knickknack. Das macht Sinn. Das ist einfach authentisch auch. Das muss man mal sagen. Das heißt auch der, der nur in eine Seite lauscht. Pimpin, in der Breitung wird es ja schon längst drin. Ja. Das ist einfach noch mal. was da die Wichtigkeit weiß, was über uns weiß. Ganz schön. Bitte, alle von euch aufhören. Wenn Sateki entscheidet, dass ihr ein gefährliches Zuhause, sie wird nicht wüsste, um dich zu versuchen zu bestreuen. Was ist das? 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 dann ist er meistens im Aufnahmen oder live. Ich nehme sowieso prinzipiell erstmal alles auf, wegschmeißen kann man es immer noch. Danach filtert er nach allem, wo wir was sozial unangemessenes, privates im Team. A remote mountain village. Reports of sinister sorcery. Sounds like a classic adventure for the Strange Brigade. Du kannst einfach nur best aufmachen, woher die Strange Brigade sagt. Oh Gott, ich kann alles andere rausschneiden. Wir haben dann wirklich nur diese permanente Strange Brigade von allen Variationen. Und dann haben wir schon mal 20 Minuten voll. 20 Minuten! Strange Brigade! Strange Brigade! Ich weiß nicht, dass sie das sagen. Da ist er dann direkt 20 Gold! 30 Gold! Oh Gott, schau mal die Größe an diese Führungen, Tread Wearily Brigade. Da ist sicherlich etwas Rum-Business passiert hier. Ich weiß nicht, dass alle... Jetzt nehmen wir sie durch und lassen das ganze Gold fliegen. Ich bin durch den Tode gegangen und habe weit bald nichts gesehen. Oh, Gold! 1000! Ja, das war jetzt gerade gelogen. Nein! Vielleicht die Exploration von diesem quietly quaint Hamlet will reveal einige Sekreter. Ja, dafür habe ich für einen eine Grube gekriegt. Das ist gut. Das hat ihn auch schon. Ja, was war das? Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt macht sie ihn mal hin. Jetzt haben wir können sie auch gegen ihn oder? Ach, komm! A lock in one of a key. Best get looking, Strange Brigade. Hä? Ja, das war doch. Ja, das war doch. A Rona! Hallo! Hi! Also dann sind wir eine richtig wettvolle Super-Rona, ne? Das ist gar eine Bierschüssel hier. Oh, eine Truhe. Da fliegt uns nichts hin. Ach, Gold! Alter, drüber! Oh, der Pippin steht fliegt. Verdammt, das stimmt auch noch! Er hat über 2.000 der Arsch! Es geht wieder los, die kloppen sich wieder um nichtige... Bedeutungslose... Kack münden! Irgendwo muss es schon einen zweiten Hebel gehen. Dein Gesicht ist ein nichtiges Bedeutungsloses Kackgemünzt. Es muss irgendwo noch einen zweiten Hebel für das linke Ding davon gehen. Ich weiß nicht, aber ich hab schon mal... Also es gibt den gleichen Hebel nochmal. Wenn man den nochmal betätigen könnte. Oh, Gold! Nein! Warum denn? Alles Ruhe! Oh, Gold! Ja! Wie das ist der Arschloch! Scheiße! Das ist laut, glaubst du! Oh, Heiltrank! Gold! Ach, das ist der Gedanke! So, was war noch mein Thema? Versuch nur einen Hebel, immer noch! Der hier? Nein! Ich hab eine Katze gehabt! Warte, Melone! Hahaha! Nine lives won't save that beast! Hehehehe! Guckst du einen Hebel, Timo? Nee! Okay! Okay, siehst du Gold? Okay, siehst du Gold? Alternativ natürlich ein Scharabeoschlüssel, aber ich vermute fast, wir müssen erst dahinter. Ich nehm's auch an, dass wir erst... Und dann... Ja! Manni! Schachtkurses ging um mich, aber hat Manni gesagt. Ja, hab ihn! wenigstens eine macht was sinnvolles hier f wie faust kein thema dann hast du es umgestellt das ist dann dein problem die Key to success. Onwards, Strange Brigade. Oh, hier ist wieder so ein... Ja, das weiß man nicht. Ah ja, Japs. Ja, ja. Ja, du machst das? Okay. Bein. Das andere. Bein. Hase. Bein. Haha, da geht's die Woche. You want to do it. Such Agility. Verdammt, die Vollstimmung ist wichtiger. Wer hat's jetzt bekommen? Ja! Seid so scheiße. Wie geht das denn? Wie kann der das bekommen, wenn ich's aufmachen? Und so folgen wir Engländer euch Afrikaner aus. Ha! 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 Ja, ha! I thought it went too quiet, haven't you? I see there's no way to greet visitors to your village. Best give the groups a lesson in manners, McGinn. Komm ich nicht raus? Das ist ein Steinchener. Ich versuche, dass ich gerade die Gretchen schufe. Winster Bay Reloading. So blöder Typ. Na, kann man nicht aufmachen, ne? Schade. Oh, Geld. Da, da. Oh, Jordan God, a nice bit of reading. That's always fun. Wie? Hannah, du bist echt, also unglaublich. Also, ey, ernsthaft, Hannah, nee. Unglaublich. Was soll das denn ganz schön? Ich kaufe dir die Waffe, ich habe keine Sorge. Ich weiß nicht, wie der Mann das macht. Das ist ein kapitalistischer, egoistischer Scheißtyp. Hä, ist das Gold hier innen, ey? Was? Oh, ist der... Was? Oder Lock how to cover that bridge? das war kamerad Was ist denn jetzt? Was ist denn das? Oh dear, oh dear, that is a shame. Fünf. Sehr gut. Ich wusste auch nicht, ob das okay gemacht wird. Nein! Vicky! Nein! Ich kann nicht raus. Ich bin komplett am Stellen. Ich klicke alle. Sie sind überall. Leute, attacken! Ich fuckel sie ab, ich fuckel sie ab. Goldschutz, 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 Goldschutz! Goldschutz! Ja, ich weiß. Wenn der Weg bleibt. Wie viel mehr guter Sprengte mit dem Zettel? Jetzt war keiner mehr. Ich fuckel die Ecke. Goldschutz, Goldschutz, Goldschutz! Oh, Goldschutz, 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 Goldschutz! WTF? Ich fuckel die Ecke. Ich fuckel die Ecke. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Ich hab mich nicht aufgelöst. Oh, fuckel die Ecke. Ich 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 fuckel die Ecke. Oh, ich fuckel die Ecke. Aufwachen! Oh! Here we, oh! Ehm, wow! Es war unangenehmer, als ich erwartet hatte. Meinst du? Goldschatz, 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 Goldschatz. Ist nicht dein Ernst. Hä? Ich war's gar nicht. Ich war's. Ich habe jetzt einen Halt dran gelangt von mir, weil ich blink gerade drauf. Ja, ich... Oh, oh. Oh, oh, oh. Hahaha. Oh, oh, oh. Out of ammo! Swapping to pistol! Da oben ist noch was anderes. Beschreib' mal das andere. 3 Goldbahn über 3 Krone. Ah ja! Oh Scheiße! Und den Kopf! Jawoll! Au! Ah! Man mag denn nicht mal das Garaben? Das ist kaputt. Ja wo ist denn das Garaben denn? Ja da hin! Ja da hin! Da bist du ja immerhin gerade die wo du Appel! Nein! Ja! Sounds like someone could do with their hoofing hand! Swap! Danke! Ja! Wunder an ihr Besten! Ach er hat mich jetzt vom Skarabinlässe allein gelassen! Achso! Gut zu wissen! Ja weil ich die beiden wiederbelebt hab! Gab's! Ja! Nein! Da soll ein Teil dran bin ich immer noch selber drücken! Das ist nicht wahr! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Geht mir auch oft so! Geht mir aber bei euch beiden oft so! Ich glaub das ganze Gold! Da hab ich was überhört! Hier ist der Hebel den wir gesunken haben! Hab ich sehr gut gemacht! Also ich blink so auch ich widerstecke mich! Ich blinke raus! Andere flinke eher weit! Wo bist du? Pippi wo bist du? Ich seh das Butter aus da wie man sich sieht! Oho! What a splendid find! Ich... Sammel! Äh... In die andere Richtung war ich auch... Oh! What the fuck! Looks like they were rather attached to that end! Und die? Aufsagen geschossen! Und regt dich lassen! War richtig! Reload! Ja ja das... Okay... Ne ne... Lass mich nicht glauben! Es war richtig! Oh Goldscharts! Zu spät! Hab ich schon eingesammelt! Eben Gold Pippi! Wo ist Pippi rein? Keine Ahnung! Keine Ahnung! Irgendwo im Untergrund! Vielleicht aber auch im Untergrund los! Hahaha! Grundwitz! Grund und Boden! Alter Alter! Was hast du denn für ne Höhle gefunden? Keiner weiß! Ja ist doch gut! Ich freu mich für dich und dein Erfolg! Ganz doch! Bitte! Mit großer Mann kann ich also mit großer Männer respektieren! Hier bei mir geht's weiter! Nein geht es nicht! Doch! Nein! Niemals! Oh halt dran! Rennen rennen rennen! Oh echt! Hast du ein Schwein? Hast du ein Schwein? glücklicher pasta hat das bräuchte ausbreitern gold allein gefunden zb auch im anderen haus arktik b nachnehmen der pinguin ist es wie ich würde sagen es sind wahr Wir müssen auf den komischen Tringel, dann auf das Auge und dann auf, das ist eine Tasse, Ja, erst auf den Kringel. Ja, dann mach mal jemand. Geh mal jemand drauf, das wir den Kringel haben. Bitte erst auf den Kringel. Weil ich sehe Auge und Tee-Tasse. Ja, und Tee-Tasse haben wir. Wo ist Kringel? Ich glaube, das weiß ich. Watch out, strange brigade. He's throwing cutthroat cutlery. Aber kein Grenadier. No. Ja. Wow, der ist bei mir der Biss. Die haben auch auf Dead Island in der Kampagne, haben sie ja spiert, ey. Das ist auch witzig, ja. Ganz ehrlich, ich spier bei mir. Ja, soll das nicht mal ein zweites Dead Island geben? Ja, so eine Entwicklung. Da sind wir noch in der Linken. Wer wirft den da gerade an? Der Pisser da oben. Der Pisser. Der Pisser. Der Pisser. Der Pisser. Der Pisser. Ah, Gold. Gold. Gold Schatzpark. Äh, hi. Keine. Kann man ein Geld nehmen? Fick dich. Ich hab dich eben aufgerettet. Nein, nicht besser. Entschuld' ich schon, aber ich will jetzt hier nicht rausholen, bei den ganzen Mengen, die hier sind. Du meinst den Mengen Gold? Nee, stimmt. Ich wüsste dich warten. Toll, aber ich hatte mir grad für 500 Gold so ne Superwaffe geholt. Die ist jetzt natürlich weg. Hört. Also mach mal. Erst der Kringel. Dann das Auge, dann die Täter. Das hab den Kringel aber nicht gefunden. Echt, das ist schon längst erledigt. Was? Was? Ich hör's noch zu. Der Martin wieder, ey. Außer das Ding hat zwei Funktionen, weil da ist schon irgendein Leuchte-Dings weggeflogen irgendwo anders hin. Tee-Tasse. Ja, Tee-Tasse und Auge haben wir schon drüber. Ja, der Kringel ist in dem Haus auf dem Fußboden, wo ich eben gesagt hab, wenn es so ne Ecke ist. Ja, dann geh ich da mal drauf. Da wird hinten aber noch ein Rätsel bei mir. Ja, ich geh da mal drauf, dann schieß der, ich steh da drauf jetzt. Auf dem Kringel stehst du jetzt. Auf dem Kringel, da muss Martin aufs Auge und einer auf die Tee-Tasse. Ich bin auf der Tee-Tasse. Ja, dann geht nochmal alle runter, alle nochmal runter. Das war eins. Zwei. Ich will nix sagen, aber ich bin einfach überragend. Engländer auf Tee-Tasse-Rules. Au! Ja, ich bin nochmal wieder weg. Ach, so viel Gold, tausend Gold ansteig. Oh, Alter, das geht runter. Los, Hühnchen, ich will Hühnchen sehen. Oh, guck mal, Hühnchen. Oh mein Gott, das ist heiß. Oh ja. Oh, ohne Haltrang. Nein. Oh Mann, ich war doch gerade schon gut. Da ist ein roter mit Haltrang hier. Haben wir erschossen. Oh, nice. Und wenn du wirklich wegden da. Oh nein, das ist echt riesig. Oh nein, ich kann ja nicht sein. Oh nein, der Ecke ist wirklich überragend. Oh nein, die Streukkanade ist wirklich überragend. immer gleich 2 281 dollar so leute hier gibt es weiter ja okay doch du kommst ja gar nicht weiter ohne uns pippin du musst näher ran wenn du die mausplaste benutzt du bist noch zu weit weg es ist aufgefallen danke das ist ja ja ich hole nicht raus wenn er jetzt sterbt Get that Soulcage destroyed, strange Brigade. Was ist das? Vielleicht hat es etwas zu tun mit all diesen magischen Muggier-Statuen. Oh, das sieht sinister aus. Der Map gab es bis jetzt verdammt wenig Heiltränke, finde ich. Hier ist noch ein Heiltränke. Ja, voll mission. Ich möchte bei diesem Spiel, ich möchte hier nicht mitmachen, ich bin deswegen auch noch. Der Hammer ist mit zu groß. Wir müssen jetzt gegen Thor kämpfen. Oder der Tor der Freund. Hehehehehe. Echt? Der ist der ausgewogenene Champion und kriegt da so eine Fug-Presse? Was? Was ich schon gerade sagen, der kostet Ketten? Vielleicht zängt ihm an der Nase auf. In den guten Bauchen geht ja alles hier an. Ähm, Instrument gehabt, doch. Was? Was? Geht? Der war ganz kaputt. Das wird der neue Captain vom PD, damit es nicht mehr aufhört mit dieser Gangster-Scheiße. Nein. Das wird der neue Protektiv von Doktor vertreten. Oh, ja, genau. Der hat den von der Arten von einem Pfefferhammer. Sehr gut. Äh. Oh. Ah, ah, ah. Dumpshot. Uh. Bein. Ja, Mann. Bein. Das wird ein guter Schmerzen in meinem Memoier. Bein. 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 Keine. Bein. Bein. Du gehst noch irgendwo da drunter... Nein, ich hab noch genug Leber, alles gut. Was? 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 Ich habe den Fett. Ich habe den Fett. Just my trusty pistol left now. Heavens, I'll need a strong cup of tea after watching that. I need a police. That's not good, I'm not going to go on. I'm going to go right next to the money and I'm going to get my pistol around. I know, I'm going to get in here at the time. I'm not going to get in here. wow, ich bin einfach in die falsche Richtung gesprungen na, mach nix, ich komm wieder oh, er ist sauer, er rächt sich, oh ne, er eskaliert, er kriegt ein Baby und er heißt jetzt Kunibert und wandert nach Polen aus ja, dann nehmen wir einen Malifold und wo mit mir ein mindless Minotaur Rampage, later the soul cage is destroyed, now the people of this once troubled place can rest in peace thanks to the valiant acts of the strange brigade das ist die Kula mit Zeppelin rara Rasputin, Kula nur mit Zeppelin ja, aber man sieht ja, wer sich hier um die Feinde gekümmert hat, während ihr einfach nach Gold gejagt habt ja, man sieht auch, wer die ganzen Gold geklaut hat ja, das stimmt ich hab meins nämlich selber gefunden bei mir steht gesammelt sicher gesammelt schmocks ich hab die Relikte alle gefunden, weil ihr nur noch Geld gegeidert habt, alles Wichtige verjessen außer dem Platz 1, weil im Gesamt nicht der Coolste bin ne, weil man aus den erklärlichen Gründen Geld hier zählt, das ist echt strange Brigade ich hab dir kurz pinkelt und deswegen lass ich den Countdown jetzt euch schön ausleben, die 20 Sekunden können wir einfach mal machen, das war jetzt einfach mal 20 Sekunden Spaß viel Freude auch die Gemeinschaft ich hab mir jetzt all die, die Dings überspringen, die Vorschau, mit Zeig losgehen, oder?